Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ich wollte jetzt gerade sagen, zu Erym, ich weiß auch nicht. Ja, ich werfe nochmal kurz einen Blick auf die Karte. Hier sind wir, genau, und hier müssen wir hin. Args Letzter Wacht. Und da müssen wir uns dann, denke ich, um den entflohenen Max Schönenblut kümmern. Ja, ich pflück schon wieder alles, was nicht nüt- und nagelfest ist, aber ich habe ja auch ein leeres Inventar. Und das ganze Zeug kommt ja wieder neu, weil hier war ich ja länger nicht und überhaupt. Und man weiß ja nie und, ja, ihr wisst schon, kann ich hier alles stehen lassen. Ist das jetzt pflückbarer? Ja, es ist pflückbarer. Warum der mal pflückbar ist und mal nicht, weiß ich immer noch nicht. Warum steht ihr hier so komisch rum? Weiß ich nicht. Verzeih, ich bin neu in der Gegend. Habt ihr irgendwelche Tipps für mich? Sie kunden nicht hin und ihr bringt einen ums Geld. Ich geh weg. Tut mir also einen Gefallen und verschwindet. Alter Verwalter. Was für eine... Boah, ich hätte gerne mal meine Axt jetzt für wenig Wegestreus benutzt. Bzw. ich hätte sie auch einfach rösten können. Jawohl. Man müsste eigentlich mal ein, ähm... Ja, klar. Man müsste mal ein Durchspielen machen, wo man so richtig unwegestreu ist. Weil wir sind ja keine, keine Endralea, ne? Wir müssen uns damit ja gar nicht auskennen. Das ist ein wegestreuen Quatsch hier. Ich hab jetzt gerade gedacht, da wäre eine Tür. Aber da war keine Tür, das war ein Baumstamm. Schade, schade. Eine Tür wäre nett gewesen. Äh, ist das hier... Ah, ich glaub, hier müssen wir hoch. Oh, oh. Was ist das denn? Wieso ist da Eis? Oder ist das... Das sieht so aus, ne? Wie Eis. Was ist Eis? Hier schneit's. Sind wir so weit im Norden jetzt? Oder liegt's daran, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht? Nichts Genaues weiß man nicht. Das Fass ist leer. Warum guck ich rein? Moment mal. Da ist schwer. Nein! Oh Gott, ein Marodeur. Ja, voll. Ich hasse Marodeure. Ich hasse sie wirklich. Die sind so... krass. Doch. Greift mich nicht immer sofort an und ist alles gut. Ihr müsst mich nicht angreifen. Wir können hier alle Freunde sein, aber ihr wollt das ja nie. Ihr wollt nie Freunde sein. Das habt ihr davon. So. Gucken wir doch mal hier. Karotte. Ich hab den ganzen Rest... Die Stahlpfeile, die sind ganz... Die sind deutlich schlechter als der Schaden, den wir mit unseren Sachen machen. Ich find diese Festleder-Sachen ganz nett, aber die sind eigentlich... Ja, die sind halt nichts wert eigentlich, ne? Und Dietrich. Das ist schön. Können wir denn hier irgendwo mit... Ja, nur mit den Mana-Pilzen das mal ein bisschen beschleunigen? Und wenn's nur ein grüner Apfel ist, die lieben die auch gern. Nehmen wir alles mit. Oh ja. Das ist leer. Bresen brauchen wir nicht. Kohle lassen wir auch mal liegen. Oh ja, ich würd' sagen, das lohnt sich schon wieder total hier. Wow. Das sieht schon sehr cool aus. Mit dem Eis. Hm. Ich werd doch mal gucken, ob hier oben jemand ist. Nein. Da war eine weitere Kiste. Ein paar Groschen. Ich kann mir gerne Groschen. Ah, alte Vorratskisten. Okay. Nein, den Leckzeugkasten machen wir nicht. Ja, okay. Okay. Ah, Expertinist. Moment. Ich hab doch... Wie viele Punkte? Ich hab Erinnerungspunkte. Ich musste gerade wieder überlegen, welche Taste es war. So. Wo kriegen wir die Experten? Hier. Ja. Cool. Ja, ich muss unbedingt dann mir mehr von diesen Büchern kaufen, mit denen wir Erinnerungspunkte, also Wissenspunkte kriegen können. Das ist dann das Geld wert, finde ich. Und ich hoffe, es stürzt jetzt nicht ab. Es ist manchmal etwas komisch, wenn wir aus diesem, ich sag mal, aus diesem Nexus oder was auch immer das ist, rausgehen, dann hängt es manchmal. Jetzt können wir sie raufmachen. Wie cool. Ja, ich sollte vielleicht ein bisschen langsamer sein. So. Mal Vorsicht. Nein. Okay. Da hat es sich noch nicht mal bewegt. Also das Schlösserknacken in Skyrim finde ich so klasse. Wow. Cool. 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 Also das finde ich super, dass wir... Oh, warte. Warte. Haben wir den... Eins, zwei... Die drei haben wir nicht mehr gelegt. Okay. Das hat nicht so gut funktioniert. Das ist ausgewichen. Ja, das ist manchmal einfach... Pfff. So richtig gesehen haben die mich nicht... Paffi nicht. Warum liegen die denn hier alle? Ich kann da nicht durchschießen? Ich kann da nicht durchschießen. Der liegt wieder hier. Ach, wie doof. Ich dachte, ich könnte hier durchschießen. Das wäre nämlich sehr schön, wenn man hier durchsnipern könnte. Aber das geht nicht. Ich bin jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser am Schleichen. Was ist jetzt gerade... Ich glaube, da kann man wirklich... Okay. Wer hat mich gesehen? Wer sieht mich gerade? Ist der Marodeur mitgekommen? Eigentlich. Ich sehe den nicht mal. Was ist der? Hm? Ach, da. Ach nee, das ist gar kein Marodeur. Das ist ein Gurgenschütze. Das ist auch ein Vagabund. Ich treffe ihn nicht. Okay. Wo war das? Wo ist der jetzt da unten? Ich kann ihn nicht... ausweichen. Ja, Mann. Ich weiß nicht, warum ich den Pfeilen überhaupt nicht ausweichen kann. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Das erschießt sich mir nicht. Eigentlich müsste man das... können. Was ist der? Da war er. Okay. Dann... Waffe weg. Okay, das ist ein Wachhaus. Ich gehe jetzt mal hierhin zurück, weil ich wollte... Ähm... Hier, ne? Alter Runenfall, ja. Oh, eine Lederhaut. Ja, die nehmen wir ihr mal ab. Da müssen wir rein. Da müssen wir rein. Hier ist nichts. Ich möchte nur erst mal gucken, ob hier noch irgendwo... Oh, meiner Pilze. Hier noch irgendwo jemand ist, den wir eventuell... frei loswerden müssen, damit er uns nicht in den Rücken fällt. Aber es sieht nicht so aus. Das sieht ja richtig cool aus hier. Oh, Wahnsinn. Mit den roten Blättern. Cool, cool, cool. Ja, manchmal ist dieses Spiel oder ist diese Mod wirklich... Total Conversion... ...wirklich super schön. Eigentlich sieht sie ja immer sehr gut aus. Also, es ist selten, dass das nicht gut aussieht. Es ist nur... ...manchmal halt... ...nicht so spektakulär. Was ja auch okay ist. Muss ja nicht immer alles spektakulär sein. Ne, die Stahlpfeile kannst du lassen. Die will ich schon. Okay. Quick, safe. Das Gefühl... Werter Freund, ich beobachtete, dass ihr mich bei der Scheng-Scheune nahe Arkt gesucht habt. Ich weiß, dass meine Tarnung auf Enderal aufgeflogen ist und habe mich bereits nach Kyra abgesetzt. Diese Bodenbrug macht Jagd auf mich, seitdem ich das Bett nicht mit ihr teilen wollte. Sie durchschaute meinen vorgetäuschten Tod. Noch einmal den selben Trick zu versuchen, erscheint mir sinnlos. Als Entschädigung für eure Mühen habe ich den Inhalt dieser Schatulle hinterlassen. Belast es dabei. Finden werdet ihr mich nicht mehr. Vielleicht sehen wir uns bei eurem nächsten Abenteuer wieder. Max Schönenbluts. Ach, wie geil. Ja, ich nehme jetzt mal tatsächlich Mana. Ich bin vorsichtig. Oh, doch. Ja, nett. Witzig. Ja, die Bodenbrug. Das war die mit den Schuhen. Die kein größeres Problem hatte, als Schuhe zu brauchen. Obwohl es alles ziemlich schlimm aussah. Ja, aber die brauchte Schuhe. Ähm, ja. Ne? Ich bin ihm ja jetzt auch eigentlich nur gefolgt, weil ich das ganz spannend fand, weil der Typ ja schon mal, weil wir ihm ja auch in Ineren begegnet waren. Gucken wir doch mal, was Goldenforst ist. Das ist einfach nur hier oben der... Ja. Okay. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Sonst ist hier nichts. Ja, cool. Ja, finde ich gut. Ähm, ich hätte es jetzt auch besser gefunden, wenn man nicht, ähm, gegen diese anderen Typen hätte kämpfen müssen, die da hier... Aber vielleicht... Mh, die auch gar nicht direkt mit ihm zusammen, deswegen... Ja, jetzt gehen wir mal hier in den Wachturm. Muss ich natürlich auch noch rein. Das Wachhaus. Könnte sein, dass wir hier kämpfen müssen. Ja. Ja, wir müssen kämpfen. Weil hier ein Marotäer ist. Oh Gott, ei... Ja, 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 wie cooler. Ist hier etwa auch noch normalerweise eine... Ah, es kann sein, dass hier auch noch eine Kopfgeld-Quest hingeht normalerweise. Ja, ja, ja. Okay, nimm hier. Kannst du mal... Doch, doch, sie ist rot. Weil sie mich einfach angegriffen hat. Dann muss ich ja auch mal reden. Oh, ja, ja, ja. So. Okay. Ist wieder alles relativ uninteressant. Die hat vielleicht noch was Spannendes. Erlesene Wildmagier-Rober. Feinleder. Silberschwert. Auch nix dolles. Das ist schön. Können wir uns irgendwas nehmen? Nein. Den Kohl können wir uns nehmen. Das sah gerade aus wie ein Schrank. Ja, hier ist noch eine Vorratskiste. Ja. Hartes Brot ist das bestimmt super. Okay. Ich hätte die Axt liegen lassen können. Ich werde jetzt mal gucken. Wow. Ja, die Laute vielleicht nicht, aber... Der ist mir zu schwer eigentlich. Für das Gewicht ist ja zu wenig wert. Witzig. Okay. Ich finde das total super, dass wir jetzt auch Experten-Schlösser knacken können. Außer ich stelle mich blöd an. Kann passieren, kann passieren. Nein. Nein. Ja, ne? Ich habe Gott sei Dank genug Dietrich hier. Nee, es war schon... Richtung... Richtung... Die Richtung stimmte schon. Da wieder nicht. Das ist aber jetzt hier... Jetzt. Okay. Ähm... Ja, 35 Groschen. Skarakran. Stehe nämlich mal mit. Der ist nicht so viel wert, sage ich schon. Der wiegt nicht so viel. Und die Axt. Wir brauchen nämlich nicht zwei Äxte. Das ist ein bisschen übertrieben. Guck mal hier hoch. Huh. Ne, hier ist nichts mehr. Ah, guck mal hier. Ein Gesellenhandbuch. Äh, Gesellenbuch. Ähm... Was ist das? Daldar... Dalsarca? Dalsarca? Ja. Ja, ein bisschen frostig hier drin, wenn der Schnee hier reingekommen ist, Leute. Leider kann man da nicht kochen. Dann gehen wir mal wieder raus. Das wäre ja auch ein bisschen spooky da zu kochen, nachdem wir gerade die zwei da gemetzelt haben. Aber die haben uns ja auch hart gegriffen. Kommt, eine gebackene Kartoffel soll. Soll reichen. Ähm... Da sind wir reingekommen. Dann gehen wir da raus. Ist nichts. Hier auch nichts. Hier auch nichts. Ja, hier war sonst nichts mehr. Aber ich gehe jetzt hier lang, weil ich hoffe einfach, dass wir hier... Wir haben hier noch so viele Dinge auf der Karte, die nicht erforscht sind. Wenn man sich das anguckt, was hier alles noch vor uns ist. Ähm... Hier ist noch eine ganze Menge, wo wir nicht waren. Und... Das bietet sich doch dann mal an. Gucken. Wie gut oder schlecht es für uns ist, hier lang zu gehen. Ich hoffe, nicht allzu schlecht. Ich sollte vielleicht schleichen. Und ich könnte mal wieder den Bogen nehmen als Rache. Ähm... Oh. Lauter Pilze. Aber mir ist gerade noch eingefallen. Wir haben ja noch... ...ein Level-Up gehabt. So, jetzt will ich mal gucken. Ähm... Das ist Todesschuss. Kritischer Treffer. Meister mit der Sehne. Das ist super. Kostet die Hälfte der Ausdauer. Und verlangsamt die Zeit um 25%. Das... Ist auch nicht schlecht. Und mit dem Meisterdieb können wir dann... Also ich muss sowieso gucken. Ich will ja schnell... Ich will ja den Meisterdieb haben. Ich nehme das hier. Ach nee, das können wir nicht, ne? Wir müssen erst den Todesschuss machen. Ja. Dann brauchen wir noch zwei Level-Ups. Oder zwei von diesen Büchern. Und dann können wir das freischalten. Und dann kann ich mir nämlich Bücher kaufen... ...und kann in die Magie gehen. Ja. Ja, so machen wir das. So machen wir das. Ne? Also diese Bücher, die der Dingens hat. Der hatte ja zehn Stück davon oder so. Eins haben wir gekauft. Ab und zu... ...füllen sich die Sachen ja auf. Ja, cool. Doch, das gefällt mir. Vor allem finde ich es gut, dass ich da eine Möglichkeit gefunden habe... ...ähm, auch Wissenspunkte... ...irgendwie zusätzlich zu erlangen... ...und nicht nur Lernpunkte. So. Okay. Gehen wir mal wieder ins Schleichen... ...und schleichen uns hier an die Pilze ran, damit sie uns nicht bemerken. Ja, wir haben immer noch die Krankheit, ne? Ja. Schlösserknacken ist 25% schwerer. Und ich bin weniger. Ist das denn irgendwas, mit dem ich Krankheit heilen kann? Leben entdecken? Ne. Okay, mystisches Schwert. Ja, Seelenfalle hätte ich gerne mal Rang 2 oder so. Oder Rang 3. Magieschutz. Erhöht Lebensenergie. Auch nicht schlecht. Und 45 Punkte für 360 Sekunden. Das ist... ...gar nicht so schlecht. 360 Sekunden. Ähm... Ja, und das sind halt die... Ähm... Ja... Ich hab eigentlich immer nur die Meditation drin, weil ich es immer vergesse, dass ich diesen Kram hier habe. Ich vergesse es wirklich immer. Ähm... Ja, das geht nicht. Hm. Ich muss das nochmal irgendwie eruieren vielleicht, wenn ich jetzt hier mit der Aufnahme durch bin. Wie ich Krankheiten loswerde. Wow. Das ist aber ein hoher Turm hier. Wow. Wow, wow. Wo kann man in diesen Turm rein? Oh, wenn, dann wahrscheinlich nur von ganz unten. Wow. Hinten die Brücke. Waren wir hier schon? Also irgendwie hier so grob in der Ecke? Das kommt mir so gänzlich unbekannt vor. Wow. Der Pfad. Gut, richtig. Ah, ist das schön, dass wir die ganzen Experten-Sachen aufmachen können. Aber mit der 25% Erschwerung... Na gut, das macht es natürlich dann... Ah, ich komme wieder nicht in die richtige Richtung. Manchmal braucht das einen Moment, bis ich das habe... Bis ich den Moment habe, wo das... Ah, manchmal ist es ganz einfach. Oh, schön, schön. Ich frage mich ja, wer hier unterwegs ist. Oh Gott. Fuchs des Todes hat mich entdeckt. Und da hinten sind Käfer. Dingsbumm-Käfer. Wie heißen sie noch gleich? Da, hier diese fiesen... Viecher. Die hasse ich ja. Die hasse ich ja. Wie die Pest. Auch bei Skyrim schon. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißen. Die sind ja immer in Höhlen. Wenn man irgendwo in eine Höhle geht, sind sie Viecher da. Und machen einem da das Leben echt zur Hölle, finde ich. Weil die richtig übeln Schaden machen. Familiengruft der Dalmara. Muss man das mal sagen? Aber wie kommt man das so bekannt vor? Wir haben hier auch noch so eine andere Gruft entdeckt. Ich finde da diesen Kopf sehr... Alles so nette Sachen. Also ich finde es super, wenn hier Dietriche drin sind. Freue ich mich wirklich drüber. Dietriche sind eine feine Sache. Ja, aber wenn hier schon einer ist, eins von diesen Viechern, dann kann man davon ausgehen, Wenn ich da jetzt in der anderen Hand... Was will ich denn jetzt in der anderen Hand? Meditation nie. Bitte in beide Hände Feuer, weil... Ähm... Ja, sorry. Also wenn hier schon ein solcher Viech ist, dann... 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 Ne? Dann sind da mehr. Tja. Wie geht's? Er hat mich angespuckt. Er hat mich angespuckt. Ich möchte gerade gar nicht nachgucken, was der tut. Ja, was sind die, die ich selber gemacht habe? Die nicht besonders gut sind. Bäh... Was ist das? Was ist der? Da, der will abhauen. Was ist der? Was ist der? Uah! Dass die einen immer so anspucken müssen. Pfui! Bah! Äh... Kann ich das eigentlich? Nein. Ähm... Gut, wir nehmen mal das hier. Boah! Das spricht dafür, dass da eine ganze Menge von denen dann drin sein werden, wenn auch hier der eine nur ist. Irgendwie. Das ist ja wirklich fast immer so. Treten nie allein auf. Immer in Grüppchen. Was meinen hier überhaupt? Herzland Kornhof. Was steht da? Pulverwüste. Ich bin sogar rechts. Pulverwüste unten. Okay, Süden also. Also rechts von hier aus. Das heißt, wir müssen rein theoretisch einfach mal nach links, um in ein gänzlich unbekanntes Gebiet zu kommen. Das ist ja spannend. Ich weiß nie... Uah! Was hab ich denn? Feuerball ist auf der 4. Golden Frostmattrufisch. Uah! Was tut? Das ist manchmal auch die Kamera. Komischer Dinge. Sie hat auch nichts. Ich mach mal eine Tappwurzel. Die haben die doch sonst immer. Okay. Ja, aber Golden Frost... Ich weiß, warum es so heißt. Ich find's schade, wenn wir hier irgendwie alles platt machen müssen. Aber wir werden ja auch echt immer von allem angegriffen. Selbst wenn wir einfach nur Sightseeing machen wollen. Wir werden immer angegriffen. Was hat mich gesehen? Ich trau mich dann manchmal nicht. Wobei ich das Gefühl hab, dass wir jetzt levelmäßig mittlerweile eigentlich ganz gut klarkommen. Ah, der Fuchs. Der Fuchs wird ja auch wieder angreifen. Das ist frühe ja leider. Einfach mal wieder ein bisschen mit dem Bogen hier. Ja, und jetzt hab ich schon wieder eine halbe Stunde aufgenommen. Hier eben hab ich gar nicht gefunden, den Fuchs. Also ich hab ihn nicht gesehen, sag ich mal so. Ich denk, ich mach jetzt einfach hier mal einen Cut. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut. Tschüss, ciao und bis dann. Tschüss, ciao und bis dann. Tschüss, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020